Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sicherheit auch nach dem Kauf, das ist eine Dienstleistung, die Ihnen der GOP-Service bietet. Der GOP-Service übernimmt nämlich sämtliche Reparaturen an Ihren Satrap-Hausalten oder Küchengeräten, falls das einmal nötig werden sollte. Dank dem Netz von Servicestellen in der ganzen Schweiz wird Ihr Gerät prompt und zuverlässig wieder instand gestellt. Und wenn Sie nicht in der Nähe von so einer GOP-Service-Stelle wohnen, dann nimmt selbstverständlich auch jede GOP-Verkaufsstelle allfällige Reparaturaufträge gern entgegen. Und für grössere Sachen wie Wäschmaschinen, Kühlschränke oder Tiefkühlgeräte ist dann der mobile GOP-Service zuständig. Erfahrene Fachleute kommen dann zu Ihnen heim und reparieren gerade an Ort und Stelle Ihr defekte Gerät. Auch wenn Sie im Moment noch nicht den Anschein machen, der nächste Frühling kommt bestimmt. Machen Sie darum mit Ihrem Rasenmaier eine richtige Fitnesskur. Die Gelegenheit ist jetzt besonders günstig. Bringen Sie Ihr Handgerät, Ihren Elektrorasenmaier oder Ihren Benzinrasenmaier zum nächsten Do-It-Yourself- oder GOP-Senter in Service. Ihr Gerät wird gründlich überholt, geschliffen und neu eingestellt. Und das alles erst noch zu einem sehr günstigen Preis. Im nächsten Beitrag geht es um das Essen bei der Studioküche. Dass man sogar mit Geschwellten raffiniert nach Essen kann, lesen Sie im Coop-Rezept. Ich möchte Ihnen hier zwei Beispiele zeigen. Erstens, Geschwellte an Blanc-Battue mit Schabzeiger. Der Schabzeiger mit einer Gabel fein verdrücken. Mit Blanc-Battue Natur mischen. Mit Salz, Pfeffer und Dill würzen. Und zum Schluss ein bisschen Schnitlauch drüber streuen. Das zweite Beispiel ist eine Sauerrahm-Sauce mit Peperoni und Cornichon. Die Cornichon und Peperoni in kleine Würfel schneiden. Mit saurem Halbrahm mischen. Mit Salz und Majorrahm würzen. Und zum Schluss ein bisschen Knoblauch reinpressen. Und dann das Ganze mit Peperoni und Cornichon-Würfeln garnieren. Das und weitere Rezepte, wie gesagt, in der Coop-Zeitung. Ich bin sicher, mit diesem Nachtessen werde ich Erfolg haben. Viel Spass! Es stimmt halt schon. Mit Herdöpfel gibt es immer etwas Gutes. Viel Gutes hat es auch bei der Aktionsangebote von Coop, die wir Ihnen gerade anschliessend zeigen. Zum Anfang das aktuelle Blumen- und Pflanzenangebote. So einen schönen Tulpen- und Fresienstrauss gibt es in allen Coop-Blumenabteilungen für nur 4,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Coop-Bohnen-Kaffee Exzellento 500g statt 5,70 nur 3,70. Coop-Bohnen-Kaffee Espresso 450g statt 4,30 nur 2,80. 250g Kochbutter statt 3,40 nur 3 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Bananen per Kilo nur 1,50. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017